Aber du findest dann letztendlich nur doch verschlüsselte Daten, die du nicht aufkriegst. Mit einem Erfolg nur. Ich hatte zwei, aber... Ja, das ist zwei Erfolge? Also, es reicht schon. Zwei Erfolge. Dann findest du noch zusätzlich Daten, die in einer seltsamen... Das ist Ceni, aber die sind seltsam verschwurbelt formuliert. Du entschlüsselst sie zwar, aber es liest sich wie gibberisch irgendwie trotzdem. Absender ist... Der Absender ist irgendwas mit Intisa?